Ja warte, ich kauf eine Heastation, gib mir einen Feuerschutz Wir sind Leichen Peter, ich bin's nicht Schickig, schickig, schickig Ich komm, film die Leiche, warte Letzter T-Wall Ups, wer ist? Wer ist da bei mir? Vielleicht komm ich's einer Hier ist euer TheReapoferson bei Para's Channel und wir spielen TTT Mit dabei sind... Keine Ahnung, ich kenn den Namen nicht auswendig Taps Ja, Ich hab Menschen Lebewesen Mit dabei Durchgehen Para Para Lange Gummiwurst Der Schickige Skiller Chromax, Big Mana, Blow Sorix. Selbst wenn? Hallo? Ich bin's nicht, ehrlich nicht. Loco? Schiki, du weißt, ich würd dich nie. Alter, Schiki schießt! Komm, komm, ich zeig dir, wo ich hingeschossen hab. Okay, warte, ich komm zurück, ich komm zurück. Siehst du das Loch? Ich wollte auf die Bimmel schießen. Also, Chromax und Schiki würde ich nicht vertrauen. Ja, die machen gemeinsam... Wir sagen's an! Wenn wir beide es sind, sagen wir es an, wenn wir beide es sind. Das ist die Hauptregel. Wie viele Traitor gibt's uns eigentlich? Ich hoffe, drei. Wir hatten da so ne hässliche Rückkopplung. Ähm... Ah, Schiki! Ja, ja, warte. Äh, Gummi ist im Traitor-Shop, glaub ich. Nein, weiß ich nicht. Ja, gar nicht, ne, weißt du, der steht da... Ja, ich hab nur eben die Rückkopplung weggemacht, damit du mir nicht auf den Sack gehst. Gibt das schon ne... einen toten Traitor? Was? Einen toten Traitor? Ja. Schau mal toten Traitor jetzt weg. Wir gehen, immer noch. Und... Ach... Immer noch? Warte, da muss ich noch mal auszupfen. Warum stellt er das nicht... Ich bin draußen, und ihr? Duschgeschlägt das Klavier? Wir sind nicht draußen. Äh, da fährt er einmal weg. Da hat jemand in der Map. Ich meine in der Map. Ich meine in der Map. Was? Da, hier... Äh, wer ist das da? Äh, wir sind drin. Da, der... ich glaub, der Blowjob ist es. Der ist Blowjob. Blowjob ist besser than no job. Ja, macht's alles. Der ist Traitor. Wo bin ich denn? Irgend draußen. Hier. Weg. Irgendjemand hat... Ey, wer hat hier ne Granate geworfen? Ich bin draußen. Ich bin in meinem Casino drin. Ich bin in meinem Casino drin. Thema. Erst bin ich hinter euch und schießt alle in den Kopf. Nein Spaß. Irgendjemand hat hier oben jemanden erschossen. Ich guck mal wer das war. Komm mal mit dir. Boah, ist hier viel Kunst. Das war Shiki. Shiki wurde erschossen. Blow... Ah, dann... Was war der denn? Innocent. Auch da, ich bin falsch. Dann ist auch... Ah, warte mal. Hier gibt's einen Blowcore und einen Blowzorix. Ich glaub das war der Blowzorix. Ja, der war das. Was? Ja, der war das genau. Ich hab nicht keinen Core hinten gesehen. Blowzorix? Darf ich ihn töten? Kann ich den ARS gerne einsetzen? Ja, der war Trader. Ich will gerne mit dem Detective sprechen. Wer ist denn der Detective? Ich will mit dem Detective sprechen. Ich will mit dem Detective sprechen. Ich will mit dem Detective sprechen. Entschuldigung, ich muss auf K sein. So. Oh, das ging doch schnell. Oh, das ging doch schnell. Endlich bin ich da. Wie viele Zeit hatten wir? Kann sein, dass ihr... Ich wollte dich nicht erschießen. Wir hatten zwei. Ja, okay. Aber es waren noch nicht alle drauf. Ich warte los drauf. Ich war halt noch auf K. Kurz. Ich war irgendwie tot auf einmal. Ich hatte ja nicht den Töten, als ich ausgetappt bin. Meine Fresse. Der heißt Blothorix? Ich habe nicht Blothorix. Weil wir in einem Gaming Clan sind, der sich Blothorix nimmt. Und daher... Ich habe dich nicht erschossen. Ich war zwar Traitor, aber ich habe dich nicht erschossen. Ich bin ja gleichzeitig mit dir gestorben. Ich glaube, der Blothorix hatte ich erschossen. Das ADL tapp ich aus, um ihre Kopfschmerzen nach und dann tot. Ich glaube auch. Chocolate Rain. Das ist mal schön, so klassische Musik zu hören hier. Ja. Ja, ich weiß, aber du warst schneller. Wer schießt, ja? Ich. 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 Ich bin Preparing. Ich bin Inno. 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 Ich bin auch Traitor. Traitor. Jenny's Detective. Invite sie Traitor. Sie lügt. Wenn du aber was zum Schießen willst. Oh, ich weiß nicht, dass du Traitor bist. Ruhig, Alter. Mach dir mal hier eine bessere Waffe für mich. Ich lauf hier mit einer Mac rum. Ich hab ne Siegel. Ich hab ne Siegel. Ich kann mir die Kugeln geben. Ich bin mit 5 gelandert Duscher. Hara will mich vergewaltigen. Wer will mit mir in die Duscher? Okay. Ich bin Inno, also hast du Glück. Wer will mit mir in den Safe? Jenny, komm, wir gehen in den Safe. Hast du ne Waffe? Komm, wir gehen in den Safe. Oh, Leute. Komm, das reicht. Komm, das reicht. Da ist der Safe. Alle Ränder. Los, los, los. Hol das ganze Geld. Zack, zack, zack. Wir sind hier im Payday, ja? Hey, blow, sorry. Ich kann mir das Gold nicht. Ich kann mir das Gold nicht. Ich kann mir das Geld nicht machen. Los, los, los. Alle raus hier. Komm, wir gehen in den Stuff only. Hier ist da, hier los, los, los. Wo, was, wie? Bleib, äh. Komm, komm, durch hier. Komm, wer kommt da? Ich hab die Chips die ganze Zeit. Du müssen mit Steuerung. Jenny ist Dete. Ich hab keine Liebe gemacht. Ich hab keine Liebe gemacht. Ich hab keine Liebe gemacht. Ja, ich bin da drin noch. Du wolltest es nicht jedem sagen. Du willst jeden Rotz mit. Komm mal zurück. Moment. Also 5K lang, ich bin innocent. Ich hab doch eins. Ich hab doch eins. Ja, es kommt mir lange eine hier. Ich bin auch irgendein... Jenny, sag doch noch mal was. Jetzt ist wieder raus. Einer muss das immer machen. Ach, da ist er. So, warte. 5K lang, okay. Ich bin innocent, ihr könnt mir vertrauen. Wirklich. Werft die Warte weg. Du warst nicht mit dem Krise. Warte. 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 Wo sind die alle eigentlich? Oh, keine Ahnung. Wo sind die alle eigentlich? Oh, keine Ahnung. Oh, keine Ahnung. Na, aber Trailer. A auch. Warte. A auch. Was ist denn? A auch. Was ist denn? Was ist denn... Oh Gott. Was ist denn? Hier hat jemand die Bombe gelegt, wer rennt hier weg von mir? Hier rennt einer von mir weg. Na langen Zumiboros. 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 Zumiboros ist weg. Wo 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 wo? Ich hab Boss getötet. Wo ist die Bombe? Boss war... Trader. ...Trader. Hier, Leute. Paralyse I founds the body. also ich bin in 0 ja das schon mal feststehen was ist mit der bombe ja man schärft oder richtig noch hier nein ja skiller ist das weiß ich auch schädet ja wieder mal jemand sicher ja 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 hast du Glück gehabt ne dass ichs bin wie oft soll ich noch sagen DUSCHKE Alter wie schlecht ey krass mein Name ist öfters gefallen ja DUSCHKE ist es DUSCHKE DUSCHKE ist es DUSCHKE das war alles geplant ja mich hat er ja zuerst jenny sag mal bitte was das hab ich ja gesehen ja sehr schön ich hör dich nämlich jetzt lauter ich hab dich nämlich gerade bei mir lauter gemacht weil man dich sonst kaum versteht kaltkiller du hast du mich eben getötet was hast du mich eben getötet nach unseren sex ja du warst zu schlecht nein nein taxi time ja 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 das war die dieger das recht mir auch machen alle die schnellen herumläuft mit der die ich nicht mehr die Dusterer ich habe keine Antwort war aber ich habe ich schon warum hat sie mich dann nicht klärtn die Schlachter schnarcht die sich die gingen ich weiß auch nicht noch eine Fälle ich bin preparing wow ich bin auch einer ich habe nur dort unten ich bin Teufel ich bin 100% innocent Vertraue und Powerade muss man aber nicht Olli wo bist du? Geh weg, du bist Traitor Hier ist Musik! Hier wird das Spiel am Plavier Jaja Oh nein, Powerade hat gerade einen Stuhl aufgerufen Oh nein, nein Pack den Stuhl weg Töten nicht, das ist ein Bomber Oh Könnt mich wieder töten Olli wo bist du? Alter, was liegt denn hier? Was liegt denn hier? Warte mal, wer ist denn hier? Luschke, was möchtest trinken? Leute, ich steche euch jetzt ab Wir hier hier Was soll in dem Zimmer, Para? Das hier? Ich steche euch jetzt ab Genau GUMMI Ja Oh die Schnitze, wo es stand hier aufkam? Ja das Problem ist, ich habe keine Schotty gefunden So komm ich zeig dir wo eine ist Komm Schnitze Ah Komm Schnitze Ja ich Nein, nein Schicki Schicki Verrat ihm das nicht Das ist meine Hier sind zwei für euch beide Komm X Okay Mama verfolgt mich leider Geil Alter ich will auch eine Headshot Bitteschön Alter habe ich sie Danke Ich bin Prüven Ich bin Prüven, ich verteile Waffen Ey Wir können kurz zusammen ein Trinken gehen Passt du das auch? Mama Diegel, warte mal Dete, wo ist der Dete Hier, gib mir deinen DNA-Skinder Gib mir den DNA-Skinder Geh her, komm Boah Boah Was macht ihr denn da? Hackt ihr wieder eure Hähne Hallöchen Ja klar, wir haben da voll rum getraitert Weißt du Gummis, was schießt Gummis, was schießt Gummis, was schießt Ey, ich bin kein Trader Nein, hör auf GAMINGFISH HACKT DIV Komm mal hier rein, das sind die Troste GAMINGFISH war Trader Wie sie hier direkt wie alle Amok laufen GAMINGFISH war Trader, ich habe gerade erledigt Moana Nein, der war in Eno Okay Wer hat auf mich geschossen Die Jenny verhält sich auch auffällig, ne? Warum? Jenny ist gerade bei der Gummis Immer oft Oh Ich könnte jetzt einen Spruch lassen, aber den kneif ich mir jetzt gerade einfach mal Gummis ist tot PARA Boah, hier sterben so viele Leute, ne? PARA Komm Hallo Big Mama ist tot Hallo Hallo, komm, ich habe gerade einen Trader getötet Wo? Vertrau mir Ah, Moment Hallo Pfeif, wo hast du einen Trader getötet? Das geht dich überhaupt nicht so neu Ne, weiß ich, ich will bei dir sein Da fühle ich mich sicher Hier, Game Alter Alter Alter, wie ich ja einfach mal gar keinen finde Wer lebt denn überhaupt eigentlich noch? Ich? Ich? Okay, Jenny Ich? Dich? 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 Jawoll Oh yeah Sehr nice Sorry, PARA Weißt du, drei Trader doch haben, ne? Wie geil Wer hat mich bitte hinter dem Tresen gekillt? Ich weiß es nicht Wir haben beide geschossen, aber ich weiß nicht, wer jetzt getötet hat Also mein Tipp, stell die C4 auf über zwei Minuten Das hört man nicht mehr Hört keiner mehr Ne, ne, aber so lange muss das Spiel auch erstmal gehen Stimmt Jenny, hast du mich getötet oder pick Mama? Ja, ich weiß es gerade gar nicht Aber wenn ich es getan habe, dann tut mir es richtig leid Du darfst die Mama Natürlich habe ich wieder die Schott gearbeitet Du fliegst nochmal bei mir im Heli mit, ja ein altes Ja Oder soll ich mal fliegen? Ne, ne Boah, das war so ärgerlich Aber mein Gott, weißt du, kannst du Paarer echt nur Gesellschaft lassen als Pro Pilot Mein Gott Ich bin rausgeflogen Ey, ich hatte eben ein altes, da stand ein Mohawk umher, ich hab den aufgeknackt, ja Detektiv Da war man beim D los, ich bin gegen Baum gekommen Da war der... Ohhhh Ja Kannst du mir nochmal zeigen, wo ich nen Shotgun kriege? Okay, mach ich Im Safe, warte, warte, warte Ja, ich hab auch ne Shotgun Ich hab auch ne Shotgun Ich hab auch ne Shotgun Hier lang Wo? Sollte hinter mir laufen, lauf vor mir, da runter Da runter Da runter Rechts Jetzt Rechts Ach, hi, hi Hi Ja, das war möglich mit dem Heli Weißt du, du bist da richtig schön mit gelandet Ne, warte Oh, wer hat denn hier geschaut? Wir haben T gekillt 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 Ich hab ne, 16 Ich hab ne, 16 Ich hab ne, 16 Ich hab ne, 16 Call mich 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 da doch hin Also ich bin... Von Mana geh weg Hau ab Geh weg du Scheiße, Traitor Sau er verkehrt werden aber aber die geschehen und ein paar reizulichigen gehen für die ganze die englische scheiß ich habe jetzt sehr getötet aus Versehen und der war in Ruhe mehr aus Versehen ja Weil ich angeschossen wurde, keine Ahnung von wo. Irgendeiner hat nämlich hier wild um sich geballert. Warum noch jemand ne Shotgun? Warte, warte. Wer schießt? Alter, wer hat denn hier geschossen? Ich hab ne M16, das war ne Shotgun, die geschossen hat. Fahrer! Äh, ähm... Ah, mann... Haben sie sich gegenfällig getötet? Ja, wir standen so direkt voreinander und ich wollte einfach Parakellen im Moment und dann... Wer hat mich denn von hinten erschossen? Ich werde mich erschossen? Boah, der Gummipennel, weißt du? Ich hatte mich gemütet und schreit auf den Duschen. Weiß nicht. Das ist ne nicht Fail. Vor allem... Äh... Wer hat nochmal gesagt, dass er den Tee getötet hat? Wie sie sich eigentlich gegenseitig getötet haben? Hast du den Tee getötet? Nee, nicht. Wo gibt der jetzt den Tee? Ja, warum kommt mich denn nicht zu der Leiche? Ja, ich war... Da wurde ich genau erschossen. Achso. Von langen Gummifurst. Lass mich raten. 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 Shiki hat sich die Schroti schon wieder geholt. Ja, klar. Ich bin schon rausgekommen. Oh, Mann ey. Okay. Okay. Loco! Nein! Nein! Scheiße! Loco, Kill und Zeit! Oh, wo ist denn dieser? Oh, ich kann einmal Chromex vertrauen. Ey! Loco! Ja! Loco! Tot? Chris? Nee, ich leb noch. Aber der auch. Ja, warte. Ich kauf nie die Station. Gib mir den Feuerschutz. Die sind Leichen. Ich... Fehler, ich bin's nicht. Oh, Shiki, Shiki, Shiki. Ich komm von die Leichen. Warte. Letzter Tee, ich weiß. Ops. Wer ist? Wer ist da bei mir? Vielleicht Chromex. Tut mir leid. Gumi, wo ist das Trater? Gumi, wo ist das Trater? Nee. Alter. Du, da würde ich mir Gedanken machen, wenn ich deine Frau abschiebe. Das... 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 Das könnten... Äh... Phantasien sein, die sich vielleicht in der Realität hegt. Hm, gar nicht. Duschke, würde ich sagen, wir sind gelaufen bei der Partnerarbeit. Hahaha. Tja, Duschke. Schade aber auch. Was? Something is creating script errors. Was ist das? Ist das? Ist das Volga? Wound is over. Und es bleibt immerhin Wound over. Ist jetzt in... Oh, nein. Nein. Okay. Ah. Festgesteckt. Ach. Wie viel ist das im Spiel? Nein, dieser... Festgesteckt. Repo. Mach doch mal den Schluss jetzt endlich. Ja. Ja. Ja, damit war es auch Trouble in Terrace Town. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tja. Tschüss.